Jede Marktphase hat eine dominante Erzählung, ein Narrativ, das die Kursbewegungen begründen soll. Und die derzeitige Geschichte, das derzeitige Narrativ lautet, naja Gott sei Dank, wir haben doch jetzt gesehen, mit den Einzelhandelsumsätzen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dass wir ein Soft Landing der US-Wirtschaft bekommen. Aber die FED wird dennoch die Zinsen massiv senken. Da ist schon mal die erste Frage, naja warum sollte die FED eigentlich die Zinsen so deutlich und so schnell senken? Hier ist ja teilweise die Rede auch von einer 0,5-Senkung bereits jetzt bei der Sitzung im September. Warum sollte die FED das tun, wenn die Wirtschaft so robust ist, wie man uns jetzt erzählt? Wir hatten ja diese Panik nach den ISM-Daten, nach den Non-Farm-Payrolls, nach den Arbeitsmarktdaten vorletzte Woche noch. Jetzt sagt man sich, ah, da haben wir uns doch komplett geirrt. Es ist doch viel besser, als es aussieht. Jetzt wissen wir, dass die Wirtschaft doch super robust ist, aber die FED wird dennoch die Zinsen senken. Das ist das eine, also irgendwie ein Widerspruch im Narrativ, denn selbst wenn die FED die Zinsen senkt, das tun ja andere Zentralbanken wie die EZB auch. Also alleine das reicht nicht. Zweite Frage an die Märkte ist, wenn die US-Wirtschaft so robust ist, warum ist dann der Ölpreis so schwach, der ja maßgeblich auf die US-Wirtschaft reagiert normalerweise und gegen den Dollar gehandelt wird. Der Dollar aber wiederum wird komplett abverkauft, weil man eben sich sagt, naja, siehst du, die FED wird doch die Zinsen senken oder steckt mehr dahinter, hinter diesem Dollarabverkauf, der dann auch ein Problem für das Narrativ ist, das derzeit der Fall ist. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. Die Widersprüche der Erzählung dieser Rallye, die wir jetzt gesehen haben, die FAZ heute mit einem Artikel, der sagt, die Weltmachstellung des Dollars wird bisher nicht infrage gestellt, aber eine stetig wachsende Staatsverschuldung in den USA könnte sie in Zweifel ziehen. Und das ist vielleicht auch etwas, was derzeit passiert, muss man sagen. Gestern ja die Meldung, Evercore sagt, ja, die FED, die wird wahrscheinlich signalisieren, Paul wird signalisieren bei seiner Rede in Jackson Hole zum Ende der Woche, dass die FED die Zinsen im September um 0,5 Prozent senken wird. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Warum? Weil die FED ja damit eingestehen würde, dass sie schon bei der letzten Sitzung Ende Juli eigentlich hätte die Zinsen senken müssen um ein Viertelprozentpunkt. Also wenn man jetzt 0,5 senkt, dann sagt man, da haben wir ja vorher was verpasst. Das ist sehr unwahrscheinlich. Da müsste schon vieles passieren, müsste Großes passieren, dass das wirklich so eintritt. Das war übrigens nach Agenturberichten einer der zentralen Gründe für die gestrige Rallye, die ja unter dünnstem Volumen stattgefunden hat. Und jetzt kommt der Treppenwitz, nachdem wir jetzt das teilweise Scheitern des Carry Trades gesehen haben im Yen. Also du leihst dir unverzinste Yen und legst das irgendwo in Dollar an, ob in Aktien oder in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, die deutlich besser verzinst sind als der Yen, wird jetzt sozusagen der Dollar die nächste, wenn man so will, Ramschwährung, den man als Carry Trade nimmt. Man leiht sich also Dollar und kauft damit zum Beispiel den mexikanischen Peso oder den brasilianischen Real, also Währungen, die deutlich höher verzinst sind wiederum als der Dollar. Obwohl der Dollar in der westlichen Welt ja die am höchsten verzinste Hauptwährung ist, die derzeit auf diesem Planeten noch wandelt. Also hier diese Auffassung, dass die Fed jetzt 0,5 die Zinsen senkt, die ist aus meiner Sicht totaler Bullshit. Wie gesagt, es sei denn, es würde bis dahin, bis zum 8. September noch Gravierendes passieren. Und hier eine Einschätzung, Bank of New York Mellon, die sagt, ja, Paul wird schon dorfisch klingen, aber er wird nicht zu dorfisch sein, er wird sich nicht festlegen, wer weiß, was passiert. Warum soll er sich denn festlegen und sagen, ja Kinder, die Zinsen werden jetzt massiv sinken. Also das ist schon ein bisschen übertrieben, diese ganze Erwartung. Schauen wir uns mal den Dollarindex an. Der ist ja massiv gestiegen seit 2021 von, ja, um und bei 90 auf 114. Dann sind wir runtergekommen, sind dann in einer Seitwärtsbewegung, die jetzt sich allerdings, sollte die ganze Geschichte so weitergehen, nach unten auflöst. Wie ich habe vorhin gesagt, der Dollar ist jetzt die neue Carry Trade Währung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass eben Hedge Funds vor allem zum Beispiel den Dollar verkaufen und dafür den brasilianischen Real kaufen oder den mexikanischen Pescher und hoffen, dass die Zinsdifferenz ihnen hier in die Hände spielt. Sie haben natürlich das Währungsrisiko, also das Worst Case für diese Player wäre, dass der Dollar wieder stark aufwertet. Mal sehen, was passieren wird. Aber ich glaube, ein Punkt ist eben auch das Misstrauen. Nicht umsonst haben wir gesehen, als Harris diese planwirtschaftliche Rede hielt mit Preiskontrollen, dass da der Goldpreis nach oben gegangen ist und der Dollar deutlich schwächer geworden ist. Und jetzt hier eine Analyse von Fachleuten, die sagen, ja gut, was würde denn passieren, wenn jetzt der Trump die Wahl gewinnt? Dann würde die Fed wahrscheinlich so die Analysten die Zinsen weniger senken, denn das Programm von Trump wäre Inflationärzölle nach oben bringen, Steuern senken etc. Also kann die Fed nicht so stark die Zinsen senken. Was aber würde passieren, wenn Harris gewinnt? Wenn Harris also Präsidentin wird, es wäre dann immer noch die Frage, wer hat jetzt dann die Mehrheit im Kongress, respektive im Abgeordnetenhaus oder im Senat, ist das auch dann demokratisch oder komplett in republikanischer Hand und so weiter und so fort. Aber eins ist klar, das was Harris hier vorhat, ist eine Mustervorlage für Stagflation, denn sie schürt die Nachfrage, indem sie sagt, hier macht doch bitte neue Kinder, ich gebe euch 6.000 Dollar pro Kind oder kauft euch doch ein Haus. Ich gebe, also wir der Staat, der gibt euch 25.000 Dollar pro Haus. Das erste, was die Immobilienfirmen werden machen, ist diese 25.000 Dollar auf den Verkaufspreis raufzuschlagen. Das wiederum ist inflationär, also sie schürt die Nachfrage. Dadurch, dass sie aber Preiskontrollen machen will, dadurch, dass die Preise gedeckelt sind, kommt weniger Angebot auf den Markt, weil zumindest einige Hersteller nicht in der Lage sind, für diese Preise, die gedeckelt sind, wirklich auch zu produzieren, also keinen Gewinn machen. Also produzieren sie nicht. Dadurch hast du eine Mangelsituation, was dann wiederum diese Stagflation verschärft, weil mehr Geld sozusagen immer weniger Gütern hinterherjagt. Das ist also das eine, dass man in beiden Fällen, sowohl Trump als auch Harris, davon ausgehen kann, dass die Staatsverschuldung weiter massiv steigen wird. Und das in einer Situation, wo ja die Amerikaner schon sehr saftige Zinsen zahlen müssen. 1,2 Billionen werden es sein. Im Jahr 2025 sind es schon 1,4 Billionen pro Jahr, was die Amerikaner zahlen müssen. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten deutschen BIPs. Und hier mal die Zinssenkungserwartung, die derzeit Konsens ist an den Märkten. Wir sehen, die wahrscheinlichste Variante wird gesehen, und das ist hier die Dezember-Sitzung, also eine Woche vor Weihnachten. Wir haben ja jetzt im September eine Sitzung, dann im November und dann im Dezember. Das ist also die drittnächste Sitzung. Und da sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bei 4,25 bis 4,5 Prozent sind, bei 44 Prozent bedeutet, bis dahin hat die FED die Zinsen um 1 Prozent gesenkt. Also drei Sitzungen der FED, 1 Prozent Senkung heißt, sie muss mindestens zweimal 0,5 und einmal um 0,5 Prozent die Zinsen senken. Also zwei kleine Schritte, ein großer, sonst wäre das ja komplett unrealistisch. 35 Prozent, dass es nur 0,75 bis dahin sind und sogar 18 Prozent, dass es mehr sind als eben dieses eine Prozent. Also da ist viel eingepreist an Zinssenkungserwartung, während man gleichzeitig sagt, ja, die Wirtschaft, die ist doch robust. Also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Genauso wenig, wie uns Bloomberg mit seinem Bloomberg Economic Surprise Index sagt, ja, der ist so schwach wie seit 2021 nicht mehr. Also ist die Wirtschaft jetzt so robust oder ist sie es nicht? Wir haben gesehen, dass die Wall Street sich zwei Daten rausgepickt hat und gesagt, siehst du, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch alles gut. Oder alles andere wird jetzt beiseite geschoben und wird gesagt, das hat ja praktisch nicht existiert, so wie heute zugegeben. Es ist ein Datum, eher ein Wirtschaftsdatum, so aus der zweiten bis dritten Reihe. Aber es ist eben interessant, wir haben den Philadelphia Non Manufacturing Activity Index bekommen. Also im Prinzip der Index der Region Philadelphia im Dienstleistungssektor. Und Dienstleistung war ja das, was geboomt hat bisher. Die Gewerbeindizes, Einkaufsmanagerindizes waren ja schon sehr lange sehr, sehr schwach. Und hier sehen wir, schwächster Wert seit fast der Corona, den wir hier heute bekommen haben. Und das ist normalerweise ein Vorendikator, auch gerade die Komponente Beschäftigung sehr schwach. Warum möglicherweise die US-Arbeitsmarktdaten bald auch noch schwächer werden, als sie ohnehin waren. Heute hat CNBC, die ja jetzt nicht als der Bärenkanal schlechthin verschrien sind, diese Grafik gezeigt. Nämlich, dass wir jetzt eine Situation haben, bei den sogenannten Job Openings, den angebotenen Stellen, wo wir ja deutlich zurückgekommen sind. Aus einem völlig überhitzten Arbeitsmarkt, wo viel mehr Jobs offen waren, als Bewerber letztendlich da waren. Dass jetzt dieses Verhältnis sich mehr und mehr umkehrt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo da das letzte Mal die Rezession begann. Na klar, das war auch Corona, muss man mit dazu sagen. Aber morgen kommt ja diese erwartete Revision des Bureau of Labor Statistics, also jener Behörde, die die Arbeitsmarktdaten herausgibt. Und man erwartet, dass so zwischen 500.000 und 1 Million Stellen nie existiert haben, die uns gemeldet wurden. Es geht hier vor allem um den Bereich April 2023 bis März 2024. Also allein in diesem Zeitraum 500.000 bis 1 Million Stellen, die wohl wegfallen könnten, sollten. Das wäre dann die größte Revision in 15 Jahren, seit es diese Revisionen gibt. Mit anderen Worten, diese Jobs haben sehr wahrscheinlich nie existiert, sind durch das sogenannte Burst-Death-Model, über das ich schon öfter gesprochen hatte, hinzu erdichtet worden. Es sind reine Fantasie-Jobs, dementsprechend wäre die Situation am Arbeitsmarkt ja schwächer als gedacht. Da sagen viele, naja, ist die Fed dann hinter der Kurve, wenn der Arbeitsmarkt doch schon viel schwächer ist, als wir gedacht haben. Und auch der Konsument schwach ist. Wir haben heute Lowys, die die Zahlen gemeldet haben. Sehr, sehr schwach. Man erwartet jetzt, dass die Verkäufe um 3,5 bis 4 Prozent fallen. Vorher hat man gesagt, ja, es könnte einen Rückgang geben von 2 bis 3 Prozent. Also hat praktisch die Guidance nach unten genommen. Wir hatten ja schon Home Depot mit ähnlich schwachen Zahlen, die zeigen, dass der Konsument nicht mehr so konsumiert. Gleichzeitig, Home Depot und Lowys sind die zentralen Lieferanten sozusagen einer Kennzahl, die bei den Einzelhandelsumsetzen wahnsinnig stark war, wie die Statistiker auf diese Zahl kommen. Vermutlich hat man gewürfelt, als man sich sagte, naja, wie kriegen wir die Zahlen nach oben? Nein, kleiner Scherz. Aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich klar, wie hier zum Beispiel Building Materials, die angeblich um 5 Prozent gestiegen sein sollen im Juli, wie das sich zusammensetzt, wenn Lowys und Home Depot, die alleine die Hälfte dieser Kennzahl schon ausmachen, wenn die so schwach sind. Wie auch immer. Wir sehen also, Fragezeichen hinter der ganzen Geschichte. Heißt nicht, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Verstehen Sie mich da nicht falsch, aber ich will einfach ein paar Finger in die Wunde legen, um mal zu zeigen, naja, kann das alles so sein oder ist das nicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein? Warum ist der Ölpreis, der ja, wie gesagt, gegen den Dollar handelt? Wir handeln ja, wenn wir den Ölpreis handeln, Dollar gegen Öl. Der Dollar ist ohnehin sehr, sehr schwach, aber Öl ist auch sehr schwach. Wenn die Nachfrage stimmen würde in den USA, müsste der Ölpreis stärker sein, müsste er stärker performen. Klar, es ist jetzt so ein bisschen die Angst draus, dass der Iran unmittelbar gegen Israel zuschlagen wird, aber das Ganze ist ja noch nicht vom Tisch, solange da kein Ceasefire, kein Waffenstillstand in Gaza vereinbart wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird auch sehr, sehr schwer. Interessant, wenn wir jetzt mal die Fronten wechseln. Hier sehen wir mal den S&P 500 und Gold und da sehen wir, der S&P 500 hätte sich gegenüber Gold nicht entwickelt, seit Bretton Woods, also seit dem Jahr 1971, interessanterweise. Also, ob man Gold hat oder Aktien, das wäre in dem Fall mehr oder weniger das Gleiche gewesen. So oder so sehen wir jetzt, dass die Financial Conditions sich maßgeblich aufgelockert haben. Hauptsache, die Fed senkt dann nochmal richtig fett die Zinsen in diese Auflockerung. Das liegt vor allem auch daran, dass die Renditen fallen. Jetzt die 10-Jährige bei 3,82 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel die Junk-Bond-Renditen, also die Risikoprämien für ganz bonitätsschwache US-Staatsanleihen derzeit so gering sind wie noch nie. Allzeit hoch. Das heißt, man sieht null Risiko bei diesen Junk-Bonds. Das ist eine ähnliche Situation wie ganz kurz vor der Finanzkrise. Da waren auch die Junk-Bond-Renditen auf Allzeit tief. Also diese Parallelen, die ich heute schon angesprochen hatte zu 2007, die sind schon da. Aber wir haben jetzt das bisher beste Wahljahr oder sind auf dem Weg zu dem besten Performance des S&P 500 in einem Wahljahr. Wir hatten ja jetzt acht Handelstage in Folge. Diese Anstiege hier sehen wir mal, das gab es zuletzt der 2021 und 2023 jeweils am 8. November. Interessanterweise hier sehen wir die längsten Winning Streaks für den S&P 500 seit dem Jahr 1950. 2015.14 ist der Maximalrekord aus dem April 1971. Also da haben wir noch ein bisschen Strecke, um diesen Rekord zu erreichen. Mal sehen, ob es heute gelingt. Auffallend ist allerdings, dass der Wix sehr deutlich steigt und das obwohl die US-Indizes wenig verändert sind. Wir sehen noch einen Anstieg von 7% beim Wix. Und das könnte Leuten wehtun, die eben jetzt gehebelt auf einen weiterfallenden Wix spekulieren. Das scheint der neue Volkssport zu sein, der auch dazu beigetragen hat, dass der Wix so schnell gefallen ist, wie er gefallen ist. Und heute auffallend auch wieder die Meldung, Warren Buffett verkauft Bank of America Aktien. Und der hat in letzter Zeit wahnsinnig viele Aktien von Bank of America verkauft. Nicht nur die Hälfte von Apple, sondern immer neue Verkäufe jetzt. Und da fragt man sich, glaubt er nicht mehr an die glorreiche Zukunft des Bankensektors in den USA? Da sieht der gute Warren da etwas, ist jetzt nur noch in Anfangszeichen seine drittgrößte Position. Und wir sehen auf der anderen Seite diese Vertrauensfähigkeit, Put-Call-Ratio jetzt 0,47 nur noch. Also mehr als zweimal so viele Calls wie Puts. Es kann nichts schief gehen. Und das, nachdem wir ja die größte Fragilität der bisherigen Börsengeschichte gesehen haben. Gemessen zumindest an dem Tagesanstieg des Wix, nämlich Wix One-Day-Change. Vom vorherigen Schlusskurs zu dem Intraday-High am nächsten Tag. Also das, was wir an diesem Montag gesehen hatten, als der Yen-Carry-Trade, als der Nikkei explodierte und so weiter und so fort. Das ist mit Abstand der größte Anstieg eben, der jemals passiert ist zwischen Schlusskurs und Intraday-High. Und hier sehen wir Momentum-Tag, das kann man als ETF handeln, mit der schnellsten, mit dem krassesten Anstieg in History. Bisher sind solche Anstiege immer irgendwie auch auskonsolidiert worden, weil die ganze Geschichte einfach ein bisschen schnell geht. Und auf der anderen Seite sehen wir Zunahme der Marktbreite. Hier RSP, das ist der gleichgewichtete S&P 500, der neues Allzeithoch erreicht, gleichwohl aber noch deutlich hinter dem marktgewichteten hinterherhinkt. Und hier noch auch interessant, hier hat jetzt Harley Davidson seine Vogue-Strategie aufgegeben. Diversitätskriterien, da ist ja der gute Herr Zeit, der vorher Puma-Chef war, der hat gesagt, also ich bin ein Nachhaltigkeitstaliban, wie er wörtlich gesagt hat. Das hat sich jetzt offenkundig als nicht so besonders klug herausgestellt, weil viele Käufer schlichtweg gestreikt haben, sich nicht mehr mit der Firma identifizieren konnten. Abschließend zwei Empfehlungen, Wirtschaft, USA und FED. Morgen ja diese Revision, was ist da zu erwarten? Sehr interessante Einblicke, was da kommen könnte vom Bureau of Labor Statistics. Gerne weiterempfehlen diesen Artikel. Und die zweite Empfehlung nochmal zu diesem neuen Carry Trade, der jetzt der Dollar ist. Auch das ist sehr interessant. Zweite Empfehlung, jetzt sage ich Servus, Ciao. Vielen Dank.